Und? Wie war ich? Erektion 3, Ausdauer 5, Erfahrung 4, Lecken 5, Griechisch 6. Herr Schneider zeigte trotz einer sehr kurzen Einarbeitung ein unterdurchschnittliches Können und wenig Originalität. Die ihm übertragenen Aufgaben hat er zu unserer vollsten Belustigung hinter sich gebracht. Wir bedauern einen so bemühten Liebhaber, der uns auf eigenen Wunsch verlässt, verlieren zu müssen. Wir danken Herrn Schneider für die sekundenlange Zusammenarbeit und wünschen ihm für seinen weiteren sexuellen Lebensweg alles Gute. Danke. Ja. Das ist fair. Mach's gut. Und ich warte jetzt erst mal, oder? Wir melden uns. Tschüss.